Beckenbodentraining gibt es ja auf verschiedene Art und Weise. Ich habe mich heute für ein tänzerisches, einfaches Beckentraining entschieden. Es soll Spass machen, fördert deine Beweglichkeit und stärkt deine Muskulatur. Los geht's! Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Untertitelung. BR 2018 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 Wie ihr gesehen habt, habe ich mir bei den letzten zwei Übungen noch ein Handtuch hingelegt. Es schützt eure Knie. Bleibt neugierig, klickt auf die nächsten Workouts. Wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Tschüss.